20 Zentimeter Das kannst du echt vergessen Da hast du dich vermessen Ich sag es kurz und bündig Bei Kossen, da verschwind ich 20 Zentimeter Ja, Gritzi, ich hab ein Problem, bei mir brennt der Asphalt Bei mir brennt der Asphalt Der Asphalt Ja, der Asphalt brennt Ja, scherpst du Hamster Nein, es ist so Ich hab so einen Typ kennengelernt, der ist mir in der Schule Der macht Rap als Hobby Und boxt so wie Rocky Was hat der für das Hobby? Nein, Rap als Hobby Was hat der für das Hobby? Rap, Sprechgesang Ah, Rap als Hobby, ja Hm? Und dann hat er gesagt, er steht Hardcore mit blutiger Schrift Und dann ist er zu mir gekommen und hat einfach Hardcore mit blutiger Schrift an die Wand geschrieben Und dann hat er mich noch boxt in der Ecke Ja Ja Und was bei ihm net kam? Radfahrt Ja, Mann, Alter Ja, feige Mann Ja, feige Mann Und wo ist das Problem mit dem Ganzen, Jack, irgendwie nicht? Ja, ich muss einen Knack gerne nennen, den wirken hier der Der Nein, meine . Vielen Dank.